Ja, ich freue mich sehr, dass es diesen zweiten Abend gibt, das habe ich in der Tat glaube ich noch kaum je gemacht bislang, ob schon ich tatsächlich schon den einen oder anderen Vortrag gehalten habe, zwei Vorträge in einer Sequenz zu machen und sie gleichzeitig als eine Art Duett zu verstehen oder als zwei Seiten einer Medaille. Warum das zwei Seiten einer Medaille sind, werden Sie gleich sehen, aber das gibt ganz besondere Möglichkeiten. Es gibt nämlich die Möglichkeiten, die Dinge sozusagen eben wie in der Medaille auch zu wenden und diese komplexe Sache der Kunst aus unterschiedlichen Perspektiven anzuschauen. Ich will bei dem heutigen Vortrag, der den Titel hat Kunst ausstellen, zunächst einmal auf den Vortrag am letzten Freitag zurückgehen und zwar aus zwei Gründen. Auf der einen Seite, weil ich von einer Rekapitulation dessen, was ich gesagt habe, den Schwung nehmen möchte für den heutigen Vortrag, weil sie ja eben intern zusammenhängen und auf der anderen Seite, weil es solche unter Ihnen gibt, die am Freitag nicht da sein kann. Und damit das nicht eben, damit man den Eindruck hat, ich sehe nur die zweite Hälfte eines Films und ich verstehe den Plot gar nicht, gibt es diese ganz bewusste Redundanz jetzt am Anfang, dass ich noch einmal kurz rekapituliere, worum es ging, um dann aber eben in den heutigen Vortrag überzuleiten. Ich habe letztes Mal begonnen damit, dass wir seit Längerem, seit im Grunde der der fortgeschrittenen Moderne in einer Situation leben, wo die Kunst nicht mehr einer irgendwie allgemeingültig verstandenen Definition folgt. Also wenn ein neues Kunstwerk auftritt und den Anspruch darauf stellt, Kunst zu sein, also wenn irgendjemand etwas macht und sagt, dies ist Kunst, dann gibt es keine Definition, die zur Verfügung steht, wo man sagt, aha, ja, es entspricht dieser Definition, also es ist Kunst oder es entspricht der Definition nicht, also ist es nicht Kunst. Sondern es hat sich so eine Art von systemischer Autonomie ergeben. Das Kunstsystem selber hat es in die Hand genommen, mit internen Prozederes jeweils auszumitteln, was Kunst ist. Ich habe das unter das Schlagwort eines operativen Konstruktivismus gestellt, ein sperriger Begriff, der sich aber leicht aufklären lässt. Das ist eine Art Denkschule, die davon ausgeht, dass die Zentralbegriffe, die unser Denken leiten, nicht irgendwo im Ideenhimmel sind, wie bei Platon, sondern dass das Konstruktionen sind, gesellschaftliche Konstruktionen, die aber nicht im luftleeren Raum entstehen, sondern aufgrund eines Sets von Operationen. Operationen, also Handlungen, die einzelne Individuen in unterschiedlicher Weise vollziehen. Und das Kunstsystem ist dadurch autonom geworden in der Moderne, dass es für sich diesen Anspruch gestellt hat, alle Operationen selber bereitzustellen, die dazu dienen, Kunst von Nichtkunst zu unterscheiden. Da gibt es ganz verschiedene Operationen. Es gibt die Operation des Kunstmachens. Also irgendjemand muss einmal etwas tun und es als Kunstwerk betrachten. Dann muss man die Kunst ausstellen, also sie muss irgendwie in den Diskurs treten. Ein Kunstwerk, das nicht ausgestellt wird, kann zwar ein Kunstwerk sein, keine Frage, aber es nimmt nicht an dem Aushandlungsprozess teil, was als Kunst gelten kann oder nicht. Dafür muss ein Kunstwerk das Licht der Öffentlichkeit suchen. Es gibt Operationen der Kunstkritik, dafür gibt es natürlich auch Spezialisten. Es muss beurteilt werden, klassifiziert werden, eingeordnet werden und so weiter und so fort. Es gibt Operationen des Kunsthandels, des Verkaufens, des Verschickens, des Wiederausstellens, des Auktionierens und so weiter und so fort. Es gibt Operationen der Auszeichnung, des Rankings. Also jemand kriegt eine Residency und jemand anders kriegt sie nicht. Jemand kriegt einen Preis, jemand anders nicht. Jemand kriegt eine Ausstellung, jemand anders nicht. Und dann gibt es noch diese Operatöre, wie ich einer bin, die kunsthistorische Einordnungen vornehmen, kunsttheoretische Linien legen, ästhetische Reflexionen anstellen. Und all diese unterschiedlichen Operationen ermitteln insgesamt das, was in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Augenblick definiert, was Kunst ist. Das ist sozusagen ein Streit zwischen diesen verschiedenen Operationen und ihren Protagonisten und keine ist wichtiger als die andere. Keine dirigiert das Ganze, sondern das ist sozusagen ein offener Prozess. Ich habe zwei für diese Vorträge, zwei Operationen ausgesucht, Kunst machen und Kunst ausstellen. Nicht nur, weil sie sozusagen die beiden Basisoperationen sind, mit denen das Ganze überhaupt zu laufen beginnt. Wenn nicht etwas gemacht wird, kann es auch nicht kritisiert werden. Wenn etwas nicht ausgestellt wird, kann es dann auch nicht verkauft werden und so weiter und so fort. Das sind die beiden grundlegenden Prozesse. Und gleichzeitig sind es diejenigen, die in Niles stattfinden. Hier gibt es Ateliers, hier wird Kunst gemacht und es ist zugleich dieses Gefäß hier auch eine Kunsthalle, wo Kunst ausgestellt wird. Also das sind die beiden Operationen, denen sich dieses Haus verschrieben hat. Und in diesem Nice-Diskursiv-Programm, das hat ja Cornelia gerade ausgeführt, geht es sowohl um eine Binnenverständigung wie ein Außentransport dessen, was hier geschieht. Nun geht es mir darum, und das fand ich eben sehr schön, dass ich hier diese beiden Vorträge machen konnte, das Kunst machen und das Kunst ausstellen als zwei Operationen zu verstehen, die intensiv aufeinander bezogen sind und doch nicht aufeinander rückgeführt werden können. Es sind zwei unterschiedliche Operationen, auch wenn sie sich sozusagen verschränken in ganz entscheidender Hinsicht. Und um dieses unterschiedliche und doch verschränkte zu verdeutlichen, dafür habe ich zwei Begriffe herangezogen letztes Mal, die ich gerne jetzt nochmal Ihnen unterbreiten würde, nämlich ich habe Unterschieden zwischen Bewusstseinsprozessen und kommunikativen Prozessen. Und ich habe eine Definition des Kunstwerkes vorgeschlagen, dass ich gesagt habe, Kunstwerke verdanken sich Bewusstseinsprozessen, ich würde gleich noch sagen, was ich darunter verstehe, und zwar Bewusstseinsprozessen, die per se nicht sichtbar sind. Das Denken, dem können Sie nicht zuschauen. Eine künstlerische Intention, die können Sie nicht sehen, bevor sie nicht realisiert ist. Also eine Interiorität des Bewusstseins, die dann aber qua Kunstwerk nach außen gestellt und kommunizierbar wird. Das Kunstwerk ist sozusagen eine Grenzfigur, in der etwas kommunizierbar wird, wahrnehmbar wird, anschaubar wird, das sich eigentlich der Anschauung entzieht. Nämlich eine Art des Denkens, des Weltverhältnisses und so weiter und so fort. Was ist ein Bewusstseinsprozess? Ich will das ganz simpel halten und eben auch sozusagen operativ verstehen, so wie ich insgesamt hier einen solchen operationalen Ansatz wähle. Bewusstsein ist eine Operation, die Ihnen erlaubt, zu einem Begriff des Selbst zu kommen und zugleich zu einem Begriff der Welt. Die begrünte Definition von Descartes, cogito ergo sum, ich denke also bin ich, ist genau dies. Im Denken werden wir uns uns selber bewusst, aber gleichzeitig, dass wir nicht die Welt sind, dass da draußen etwas anderes ist. Und dazwischen vermittelt die Wahrnehmung, die Wahrnehmung, die Sinnesorgane, die die Außenwelt ins Innere transportieren und dort prozessieren. Und das Kunstwerk ist nun genau diese Form der sozusagen nach außen gestellten Kontaktgrenze zwischen Innen und Außen, die auch das Bewusstsein ist. So wie das Bewusstsein Innen und Außen permanent miteinander verrechnet, so ist das Kunstwerk ein Hybrid zwischen sozusagen einer von innen nach außen gestellten Welt und dem Ergebnis einer Welt, die ins Bewusstsein einer Künstlerin oder eines Künstlers gekommen ist und verarbeitet worden ist. Also das Kunstwerk ist sozusagen eine Balance, ein Balanceobjekt, ein Boundary Object, würde man das vielleicht im modischen Diskurs von heute sagen, der diese beiden Dinge miteinander vermittelt. Und ich habe das an einigen Beispielen gezeigt, ich will Ihnen nur ein Beispiel nochmal zeigen, ich habe ein Gemälde von Van Gogh gezeigt und diesen kleinen Ausschnitt einer Mauer, also diese Zone hier. Und ich habe gesagt, wenn man diese Mauer anschaut, kann man genau diese Grenzzone sozusagen am Kunstwerk selber beobachten. Diese Mauer ist wiedergegeben, sie ist dargestellt, sie ist repräsentiert. Ah, das ist eine Mauer. Aber auf der anderen Seite ist sie so, wie das gemalt ist, in gewisser Art und Weise nachgebaut worden von Van Gogh, indem er sozusagen wie das Maurerhandwerk hier kopiert hat. Er hat die Farbe relativ massiv aufgetragen, pastos aufgetragen, den Pinsel umgedreht und mit dem Stil die Sache bearbeitet. Das ist eine Oszillation zwischen Malen und Mauern, zwischen Farbe und Mörtel. Und das Ganze führt dazu, dass diese Mauer sowohl etwas ist, das da draußen ist, was gesehen ist, aber auf der anderen Seite auch ein Selbstabdruck des Künstlers im Bild. Und zwar sehr buchstäblich ein Abdruck seines Tuns im Bild. Es kam dann die Frage auf in der Diskussion danach, ob nicht jede Mauer, wenn ich das so beschreibe, ein Kunstwerk sein könnte und ob nicht jeder Maurer eigentlich dann auch aus einem Künstler bezeichnet werden sollte. Ich habe diese Frage verneint und würde gerne noch einmal rekapitulieren, warum ich das verneint habe, weil mich das zu der Form von Eigentümlichkeit von Kunstwerken führt, die dann die Brücke auch bietet für den heutigen Vortrag. Ich habe gesagt, wenn ein Kunstwerk nun ausgestellt wird, wenn dieses Werk von Van Gogh ausgestellt wird, akzentuiert sich in dieser Balance von Bewusstseinsprozessen und kommunikativen Prozessen sozusagen die Gewichte um. Es tritt nun insbesondere das kommunikative Potenzial von Kunstwerken zum Vorschein. Und wenn wir dieses kommunikative Potenzial, die Art, wie Kunstwerke kommunizieren, näher betrachten, kommen wir der Differenz zwischen Mauern und Kunstwerken näher. Jetzt, wenn wir Mauern und Kunstwerke überhaupt miteinander vergleichen, heißt das, dass wir zunächst einmal von den Zwecken absehen müssen. Wenn wir auf die Zwecke achten würden, ist die Sache sofort erledigt. Eine Mauer dient dazu, Mauer zu sein, irgendetwas zu tragen oder zu schützen oder irgendwie. Und ein Kunstwerk dient dazu, angeschaut zu werden. Sie können mit Mauern schlecht eine Ausstellung bestreiten, Sie können auch mit Bildern nicht gut Ihren Garten umfringen. Also da sind unterschiedliche Zwecke am Start und wenn wir darauf achten würden, wären wir sofort mit dem Vergleich am Ende. Wenn wir es vergleichen, dann liegt diesem Vergleich ein Moduswechsel zugrunde. Und zwar, wir stellen dann um auf ästhetische Wahrnehmung, auf ästhetische Erfahrung und können dann sagen, ja wie ist denn das, wenn wir eine Mauer betrachten und wenn wir ein Kunstwerk betrachten, sind das nicht letztlich vergleichbare Prozesse? Können wir nicht auch an Mauern Erfahrungen machen, die man auch an Kunstwerken machen kann? Was ist ästhetische Erfahrung? Was ist das für ein Modus? Was ist das für ein Selbstverhältnis? Und für ein Weltverhältnis auch? Das ist ein Weltverhältnis, das die Frage nach dem Was durch die Frage nach dem Wie ersetzt. Wenn ich ästhetisch wahrnehme, interessiert mich nicht in erster Linie, was eine Sache ist, sondern wie sie mir erscheint. Es ist ein vollzugsorientiertes Wahrnehmen, das sowohl auf die Erscheinungsvollzüge im Objekt wie auf meine subjektiven Vollzüge im Wahrnehmen fokussiert. Und das ist ja genau das, wenn Sie zum Beispiel in ein Museum gehen, da haben Sie nicht nur eine gesteigerte Präsenzerfahrung der Objekte, sondern Sie haben auch einen anderen Modus, in den Sie selber kommen, insofern als dass Sie sich auf Ihr eigenes Wahrnehmen auch rückbeziehen. Sie machen Beobachtungen an Gegenständen und Beobachtungen an sich selbst. Nun kann man ästhetische Erfahrungen an jedem Gegenstand machen. Sie können Mauern ästhetisch betrachten, Sie können Berge ästhetisch betrachten, Flüsse, Designermöbel, egal was. Da gibt es, Sie können sagen, es gefällt mir, es gefällt mir nicht, es kann hässlich sein, es kann schön sein, das spielt keine Rolle. Sie können überall auf diesen Modus des Vollzugs der Wahrnehmung umstellen. Die Erfahrung von Kunstwerken ist davon sehr unterschieden. Kunstwerke ermöglichen nicht eine gesteigerte Form von ästhetischer Wahrnehmung, sondern sie sind etwas anderes. In Kunstwerken geht es um eine andere Kommunikation und es geht um etwas anderes, das kommuniziert wird. Mauern und Kunstwerke haben grundsätzlich gemeinsam, dass sie Artefakte sind, sind beides hergestellte, vom Menschen hergestellte Produkte. Aber Kunstwerke sind ganz besondere Artefakte. Sie sind, wie das der Ästhetiker Martin Seel einmal formuliert hat, Kunstwerke sind Darbietungsereignisse. Und dieser Terminus des Darbietungsereignisses finde ich sehr geschickt gewählt, weil es sozusagen künsteübergreifend ist. Bei einem Bild von einem Darbietungsereignis zu sprechen, ist fast schon metaphorisch. Wenn Sie von einem Theaterstück aus einem Darbietungsereignis sprechen, ist es sehr buchstäblich zu verstehen. Aber auch das Musikstück ist ein Darbietungsereignis, weil es Ihnen zum Beispiel eine bestimmte Rhythmisierung von Zeit darbietet. Also das ist ein Terminus, der sozusagen Kunstwerke insgesamt umfassen soll. Kunstwerke sind also nach dieser Perspektive von Martin Seel dafür gemacht, etwas darzubieten. Und sie bieten Meeres dar. Sie bieten etwas dar, das man in ihnen erkennen kann, zum Beispiel in einer solchen Brücke. Sie bieten aber auch sich selber dar, als Artefakte in ihrer Großartigkeit der Ausführung, zum Beispiel in dieser Brillanz, wie Van Gogh hier eine Mauer sozusagen evozieren kann. Und sie bieten natürlich auch da den Selbstausdruck einer Künstlerpersönlichkeit. Also ein mehrfaches Darbieten hineingeschlossen in ein einzelnes Kunstwerk. Und damit ist gesagt, und da bin ich jetzt bei dieser Opposition von Bewusstseinsprozessen und Kommunikativprozessen, Kunstwerke sind auf Kommunikation hin angelegt. Sie suchen den Blick, das Ohr, das Verstehen des Betrachters, Hörers und so weiter und so fort. Sie werden also nicht bloß hingestellt wie eine Mauer, sondern sie werden in dieser Weise mit Absicht dargeboten. Was hat es für Folgen in der Auseinandersetzung mit Kunstwerken, in dem Moment, wo wir Ihnen zum Beispiel in einer Ausstellung begegnen? Ich nehme hier einen Hinweis auf des französischen Philosophen und auch Dichters und Literaten Paul Valéry, der gesagt hat, wenn wir ein Gedicht lesen, wenn wir ein Bild anschauen, wenn wir ein Musikstück hören, dann interessieren wir uns eigentlich nicht in erster Linie für die Form, sondern wir interessieren uns für die Form als Formation. Und er meint mit diesem Begriff der Formation, dass wir im Kunstwerk einem Artefakt begegnen, an dem uns interessiert, wie es gemacht worden ist. Also Formation als ein Akt, in dem Intention, Materialwahl, konkrete Ausführungen und so weiter und so fort ineinander greifen. Also im Grunde suchen wir in der Form nach der Form generierenden Idee, die der Sache zugrunde liegt. Also nochmal, zusammengefasst, während ästhetische Erfahrung auf alle Gegenstände bezogen werden kann, auf Mauern, auf Berge und so weiter und so fort, in dem ich bei jedem Gegenstand von der Was-Frage auf die Wie-Frage des Erscheinens umstellen kann, ist die Kommunikation zwischen einem Betrachter und einem Kunstwerk in dem Moment, wo wir uns entschließen, es anzuschauen, zugleich eine Brücke zu einem anderen Subjekt, auch wenn dieses natürlich nicht anwesend ist. Ein Stück weit kommuniziere ich zugleich mit Van Gogh, wenn ich dieses Bild hier anschaue und das Kunstwerk wird zu einer medialen Brücke, die in dieser Kommunikation zwischen der einen und der anderen Seite vermittelt. Wenn man sich das so modellhaft vergegenwärtigt, kommen wir, glaube ich, der Multiplizität von Kunstwerken in dem, was sie erzeugen in dieser kommunikativen Situation näher. Und das würde ich Ihnen gerne jetzt extrem formalisiert an einer Reihe von Diagrammen zeigen, was ich damit meine. Mein erstes Diagramm ist eine Fortführung des Argumentes von Paul Valéry. Wir würden uns eigentlich in der Form von Kunstwerken für den formativen Akt, der dahinter steht, interessieren. Und Valéry sagt, so führte den Gedanken weiter, dass die künstlerische Perspektive aufs Werk und die Betrachterperspektive aufs Werk aus dem Werk jeweils etwas anderes machen und zwei Perspektiven sind, die nicht aufeinander reduzierbar sind, sondern die fundamental unterschiedlich sind. Und das habe ich versucht, in diesem Diagramm Ihnen zu präsentieren. Also ich habe auf der einen Seite den Künstler, nehmen wir mal Van Gogh, und hier sind wir als Betrachter. Hier in der Mitte ist das Kunstwerk und also das ist die eine Perspektive hier und vom Betrachter läuft die andere Perspektive. Und Valérys glückliche Formulierung ist nun, dass er sagt, vom Künstler her gesehen, wenn er ein Werk macht, ist das Werk das Ziel seines Tuns. Für den Betrachter ist das Kunstwerk der Ursprung seiner Wahrnehmung. Und Ziele und Ursprünge können Sie nicht ineinander übersetzen. Das ist sozusagen dieser Schrägstrich, der zugleich auch hier, denken Sie, das wäre eine Leinwand oder das ist dieser Videoscreen, den Sie im Raum nebendran sehen könnten, wo eine große Videoinstallation läuft. Das ist sozusagen das Modell der Betrachtung von der Seite gesehen. Das ist das Kunstwerk sozusagen von seiner schmalen Seite her gesehen. Und da ist eben diese intentionale Perspektive, das Ziel ein Kunstwerk zu machen und die andere Perspektive des Betrachters aus dem Kunstwerk den Ursprung der eigenen ästhetischen Erfahrung, der eigenen Kunsterfahrung zu machen, sichtbar. Wenn wir jetzt zunächst einmal die eine Perspektive annehmen und sagen, wie geht der Künstler vor, wenn er sich sozusagen auf sein Werk hin, auf dieses Ziel ein Werk zu machen, ausrichtet. Wenn der Künstler mit der Welt kommuniziert, wenn er sozusagen ein Kunstwerk über die Welt macht, so konkret zu verstehen, wie zum Beispiel wenn Van Gogh ein Bild über diese Brücke macht, dann wird in diesem Augenblick das Kunstwerk zur Darstellung der Welt. Das Kunstwerk stellt diese Welt dar, die sich der Künstler darzustellen vorgenommen hat. Wenn der Künstler aber implizit auch immer mit einem Betrachter kommuniziert, weil er ein Werk macht, das intentional zum Anschauen gemacht wird, weil es ja ein Darbietungsereignis ist, um es noch einmal mit dem Terminus von Martin Seel zu sagen, in dem Moment wird das Kunstwerk zu einem Zeigeakt. Der Künstler sagt implizit, schau dies, dies ist mein Bild einer Brücke. Schau es dir an. Es ist eine Einladung und das ist ein Zeigeakt. Also was Sie vorhin hatten, Darstellung, wird hierzu etwas völlig anderem, nämlich sein Zeigen, weil der Referent des Aktes ein anderer ist, es ist nicht mehr die Welt, sondern es ist der Betrachter. Schauen wir die ganze Sache vom Betrachter aus an, der sozusagen übers Kunstwerk mit dem imaginierten Künstler kommuniziert, zum Beispiel mit van Gogh und sich eben überlegt, was Marc van Gogh veranlasst haben, dieses Bild zu malen und es genau so zu malen. In dem Moment wird das Kunstwerk zum Medium eines Zeugnisses. Es bezeugt für den Betrachter eine bestimmte Art, die Welt zu sehen. Und eine vierte Dimension, wenn der Betrachter aber im Kunstwerk auch mit einer Welt kommuniziert, zum Beispiel mit der Welt der Provence in der Malerei von van Gogh oder mit der Welt dystopischer technologischer Architekturen, wie in dieser Videoarbeit, die Sie im nächsten Raum sehen würden, falls Sie die Ausstellung schon gesehen haben, dann ist das Kunstwerk kein Zeugnis mehr, wie im vorherigen Fall, sondern es ist das Erscheinen der Welt nach Maßgabe des Kunstwerkes. Also vier Funktionen, die im Kunstwerk sozusagen eingefaltet sind. Eine multiple Ebene hier, die je nachdem, auf was hin Sie das Kunstwerk betrachten, in seiner Funktion umspringt und zu etwas anderem wird. Das Kunstwerk ist, wenn man es in dieser Perspektive ansieht, nicht dieses oder nicht jenes. Es ist eben nicht allein Ausdruck, es ist nicht allein Erscheinen, es ist nicht allein Zeugnis, sondern es ist all dies eingekapselt in ein Kunstwerk. Deswegen sprechen die Kunsttheoretiker von Kunstwerken als dichten Semantiken, als polyvalenten Objekten, als komplexen Artefakten, weil sie sozusagen das, was sie darin sehen, nicht auf einen einzigen Begriff oder Nenner bringen können. Und an diesem Punkt sind wir nun da, wo wir sagen können, das ist der Unterschied zu einer Mauer. Eine Mauer ist in dieser Weise nichts, was sie in der Weise verstehen, wie sie ein Kunstwerk verstehen. Weil man kann legitimerweise davon sprechen, dass man dann ein Kunstwerk verstanden hat, wenn man diese vier Funktionen aufeinander beziehen kann. Das Zeugnis, das Zeigen, das Erscheinen, das Darstellen. Wenn Sie dies sozusagen zueinander relationieren können, wenn Sie dies, die Welt, den Künstler, das Medium usw. aufeinander beziehen können, dann können Sie von sich sagen, ich glaube, ich habe das Kunstwerk verstanden. In dieser Weise verstehen wir aber Mauern nicht, weil Mauern bieten sich nicht an, sie suchen nicht unser Verstehen. Diese Korrelation von Selbsthaltigkeit und Welthaltigkeit mit all den Funktionen, die daraus folgen, diese Korrelation von Bewusstseinsprozessen und kommunikativen Prozessen ist kunstspezifisch. Es gibt nichts anderes, das diese Funktion übernehmen könnte. Das heißt nicht, dass diese Funktion wichtig ist. Es ist eine Welt vorstellbar, wo es die Artefaktklasse Kunstwerke nicht gibt. Ich glaube zwar, dass sie sozusagen ein Humanum ist, dass sie sozusagen anthropologisch begründet werden könnte, warum wir das brauchen, warum wir diese Medien der Welt und Selbstverständigung brauchen. Aber wie auch immer man das sieht, es gibt jedenfalls in unserer Welt kein anderes Medium, kein anderes Artefakt, keine andere Praxis, die genau diese Form annimmt, die die Kunstwerke haben. Das ist das eine, was ich Ihnen heute zeigen wollte und das ist im Grunde sozusagen der Schweif, der noch aus dem Vortrag des vergangenen Freitags kam. Also das ist sozusagen die eine Seite dessen, was passiert, wenn Kunstwerke ausgestellt werden. Das ist nämlich die Initialzündung zu dem Prozess, den ich Ihnen hier nun diagrammatisch auseinandergelegt habe. Kunstwerke als Vieles zu bezeichnen, nicht als Eines, sondern als Vieles, als Ineinanderfaltung unterschiedlichster Aspekte, schlägt nun die Brücke zu dem Zweiten, was ich Ihnen heute zeigen möchte. Was ich bislang ausführte, ist im Grunde eine Kommunikation, die man, wenn man es jetzt topologisch beschreiben möchte, sozusagen in die Tiefe des Kunstwerkes führt. Das ist sozusagen, das ist ja ein Tiefenverhältnis. Der Betrachter guckt übers Kunstwerk in einer Art imaginäre Tiefe, in die Tiefe einer dargestellten Welt, aber in die Tiefe eines künstlerischen Bewusstseins, von dem her sich dieses Werk formgenetisch entwickelt hat. Wenn wir Kunstwerke ausstellen, wird aber noch eine zweite wesentliche Sache gemacht und die verbinden wir ganz natürlich mit dem Medium der Ausstellung, nämlich meistens wird nicht ein Kunstwerk ausgestellt, sondern mehrere. Und dann kommt etwas Zweites ins Spiel, das wiederum topologisch gesagt sozusagen einer anderen Ordnung angehört. Es ist nicht eine Vertiefung, sondern es ist nun eine laterale Ordnung des Nebeneinander. Und ich würde in dieser zweiten Hälfte des Vortrages gerne untersuchen, was das für Kräfte sind, die freigesetzt werden, wenn Kunstwerke zueinander konstelliert werden. Weil das ist dann letztlich die Kunst des Ausstellens, die Kunst des Ausstellungsmachens oder die Kunst des Kuratierens sinnfällige Konstellationen von Kunstwerken zu machen. Aber was heißt Sinnfälligkeit? Was ist die Logik dieses Nebeneinander? Was kann hier überhaupt geschehen? Und hier würde ich gerne als Motto diese Überlegungen einen Satz von Ludwig Wittgenstein mir leihen. Ludwig Wittgenstein hat in seinen Philosophischen Untersuchungen, dem letzten Buch, das er realisiert hat, ein Kapitel auch über das Sehen, über die Wahrnehmung und auch über Kunstwerke, geschrieben, das berühmte Kapitel 11 der Philosophischen Untersuchungen. Und dieses Kapitel 11 beginnt mit genau diesem kurzen Passus. Zwei Verwendungen des Wortes Sehen. Die eine, was siehst du dort? Ich sehe dies. Es folgt eine Beschreibung oder eine Zeichnung. Also die Antwort ist ein was. Ich sehe dies. Ein Stuhl oder irgendwas. Die andere, ich sehe eine Ähnlichkeit in diesen beiden Gesichtern. Die Wichtigkeit, der kategorische Unterschied der beiden Objekte des Sehens. Und Wittgenstein setzt Objekte in Anführungszeichen, weil nur in einem Falle ist es ein Objekt. Nämlich im ersten Fall, ich sehe dies. Im anderen Fall, die Ähnlichkeit ist kein Objekt. Die Ähnlichkeit ist etwas Ungreifbares, das zwischen zwei Dingen ist. Die Ähnlichkeit zwischen zwei Zwillingen, darauf scheint es ein bisschen anzuspielen oder von Mutter und Tochter oder was auch immer oder zwei Geschwistern überhaupt. Ähnlichkeiten sind weder da noch da, sondern sie sind dazwischen und insofern können sie auf die Ähnlichkeit nicht zeigen. Sie können nicht sagen, da ist die Ähnlichkeit. Insofern ist das kein Objekt, aber gleichzeitig ist es etwas, das unser Sehen ganz wesentlich prägt und formatiert und eine Kapazität eigener Art ist. Dieser zweite Fall, den Wittgenstein hier anspricht und aus dem er in den philosophischen Untersuchungen eine ganze Reihe von wirklich aufregenden Konsequenzen zieht, in diesem zweiten Fall betrifft das Sehen, also ein relationales Sehen, ein Sehen im Dazwischen, könnte man sagen. Ein Sehen, das zwei Dinge miteinander in Beziehung bringt oder wie Wittgenstein es formuliert, der an den Dingen einen Aspekt zum Aufleuchten bringt. Sie sehen zum Beispiel ein Gesicht und plötzlich sehen Sie ein zweites Gesicht und Sie entdecken plötzlich die Ähnlichkeit zwischen Ihnen, dann leuchtet nämlich nicht nur die Ähnlichkeit auf, sondern Sie entdecken auch gewisse Züge am Gesicht A und am Gesicht B, die Sie davor noch nicht gesehen haben. Zum Beispiel eine bestimmte Nasenform, die Ihnen davor vielleicht gar nicht als auffällig aufgefallen ist, aber jetzt in der Ähnlichkeitsrelation Ihnen plötzlich sinnfällig erscheint. Wittgenstein erläutert das, was aus diesem Ähnlichkeitssehen folgt, aus diesem relationalen Sehen, das Beziehungen stiftet, Aspekte aufleuchten lässt und so weiter und so fort, ganz häufig an Kunstwerken. Und zwar querbeet an Bildern, an musikalischen Stücken, auch an Literatur. Ein Beispiel, ein sehr schönes ist, dass er zum Beispiel sagt, es kann der Fall eintreten, dass ich ein Musikstück irgendwie nicht verstehe. Ich finde es unzusammenhängt. Ich verstehe die Abfolge nicht. Und dann endet die Pianistin das Tempo und plötzlich verstehe ich es. Durch die Änderung des Tempos sind plötzlich Teile zusammenpassend, die mir vorher nicht zusammenpassend schienen. Auch bei Gedichten kann es so sein. Wenn man sie schlecht vorliest, verstehen wir sie nicht. Wenn man sie richtig liest, ist plötzlich die Relation zwischen den Worten klar. Oder Wittgenstein bringt das Beispiel einer Landschaft, die wir erst nicht erkennen, sondern wir erkennen nur eine bloße Anzahl von Strichen. Und plötzlich ist es eine Landschaft. Und das verändert jeden Strich. Weil damit wird durch dieses Dazwischen, das erst die Landschaft baut, wird jeder Strich zu einem anderen. Wittgenstein legt großen Wert darauf, zu sagen, dass dieses Neusehen, ich höre es jetzt richtig, ich sehe jetzt die Landschaft, dass das nicht subjektive Importe in das Kunstwerk sind, sondern dass es Aspekte sind, die schon darin angelegt waren, die aber bislang verschattet blieben. Es sind also Objekteigenschaften, die aber nicht zum Vorschein kämen, ohne die aktive Partizipation der Betrachter. Das Neusehen wird damit aber auch, und das ist auch ganz wichtig in seinen Überlegungen, in Wittgensteins, zu einer Neurelationierung in doppelter Hinsicht. Nehmen wir nochmal das Beispiel der Striche, die zur Landschaft werden. In dem Moment, wo ich diese Striche als Striche sehe, habe ich zum Beispiel den Eindruck, das ist eine informelle Zeichnung. Das ist ungegenständliche Kunst und ich relationiere es mit ähnlichen Kunstwerken des Informell der ungegenständlichen Kunst. In dem Moment, wo darin eine Landschaft auftritt, auftaucht, aufscheint, wird nicht nur das Bild zu einem Landschaftsbild, sondern ich relationiere es zu anderen Landschaftsbildern. Es wird dann zum Teil der Geschichte der Landschaftsmalerei oder der Landschaftsdarstellung. Das heißt, die interne Veränderung führt auch zu einer externen, anderen Relationierung des Objektes. Bevor ich zu einem ganz konkreten Beispiel einer Ausstellung komme, die solches realisiert, möchte ich das Phänomen, das ich jetzt abstrakt beschrieben habe, etwas konkreter an Kunstwerken beschreiben. Also ich möchte erst das Potenzial, was man in Ausstellungen machen kann, durch dieses relationale Sehen Ihnen an Kunstwerken vorführen. Also ich referiere jetzt nicht auf Ausstellungen, sondern ich habe nur in meinem Kopf überlegt, an welchen Beispielen man das gut zeigen könnte. Und ich habe Ihnen hier als ein Beispiel diese Arbeit von Josef Beuys aus dem Jahr 1965 ausgesucht, den Schneefall. Wenn ich dieses Kunstwerk neben dieses Kunstwerk stelle, von Caspar David Friedrich, Eiche im Winter, dann wird aus Beuys Arbeit eine Arbeit über Natur, über den Winter, über Kälte, über Empfindsamkeit, über deutsche Romantik. Beuys und die Romantik ist ein großes Thema, darüber gibt es wissenschaftliche Abhandlungen. Er rückt in eine ganz bestimmte Atmosphäre ein, wir spüren, wir sehen plötzlich auch, dass diese Decken eigentlich Schneedecken sind und dass Beuys mit der Ambivalenz spielt, dass Schnee eigentlich kalt ist, aber als Decke auch wärmen kann. Dass Schnee die Eigenart hat, sich weich über die Dinge zu legen und so weiter und so fort. Also diese ganze, wir sehen die Ausgezehrtheit dieser Stämmchen, sind übrigens drei alte Weihnachtsbäume aus dem Hause Beuys, die hier aufbewahrt sind und Wiederverwendung fanden. Also das ist diese Relation. Wenn ich aber den Beuys mit diesem Werk korreliere, leuchten andere Aspekte des Werkes auf. Ich sehe zum Beispiel, dass Beuys, Sie sehen, ich habe ein Werk aus dem gleichen Jahr ausgesucht, absolut auf der Höhe seiner Zeit war, was den Begriff der Skulptur anging. Sockellosigkeit, eine Art minimalistische Formensprache, ein direkter Einsatz des Materials, so wie hier dieses Bauholz verwendet wird, werden dort direkt diese abgeschlagenen Baumstämme eingesetzt oder einfach diese rohen Filzplatten bloß zugeschnitten. Es wird auf der linken Seite in Anführungszeichen zu einem Kunstwerk der Minimal Art. Beide Ausstellungen, also es sind jetzt imaginäre Ausstellungen, wären sinnvoll, weil beide würden etwas von Beuys deutlich machen. Weil Beuys ist sowohl der deutsche Romantiker wie der Zeitgenosse der amerikanischen Minimalisten. Sie können das Kunstwerk nicht auf einen dieser beiden Dinge festlegen, sondern es sind unterschiedliche Aspekte, die Sie zum Aufleuchten bringen, indem Sie es anders relationieren. Als dieses Kunstwerk zum ersten Mal gezeigt wurde, hat es die Leute außerordentlich irritiert. Es ist ein Riesenbild, es sind etwa 18 Quadratmeter Leinwand, in einer quasi chaotischen Struktur gemalt und die Kunstkritik war sich sehr uneinig, ob davon was zu halten ist oder nicht. Es war sozusagen eine neuartige Form, überhaupt so etwas wie ein Bild zu machen. Abwertende Korrelationen mit anderen Formen führten dazu, dass man sagte, eigentlich ist es wie eine Tapete. Das ist gar nicht ernstzunehmende Kunst, das ist im Grunde Wandbespannung. Und natürlich haben diejenigen, die das verteidigen wollten, gesagt, nein, überhaupt nicht, das ist sehr überlegt gemacht, das ist eine sehr interessante Mischung zwischen Komposition und Nichtkomposition, das ist durchaus contained in diesem Feld und so weiter und so fort. Aber der Vergleich mit einer Tapete hat ein Stück weit Ähnlichkeit und Differenz diese Sache zum ersten Mal geklärt. Dann trat ein berühmter Kunstkritiker auf namens Clement Greenberg und hat, er war ein großer Verteidiger der Malerei von Jackson Pollock und hat einen sehr geschickten Schachzug gemacht, hat Anfang der 50er Jahre einen Essay veröffentlicht über den späten Monet. The Late Monet heißt dieser Essay und da beschreibt er die späten Panneaus von Monet, diese Seerosenbilder, die in die letzte Werkphase von Claude Monet gehören und die immer damals abgewertet wurden. Das ist sozusagen ein aus der Ordnung geratener Impressionismus. Diese Werke waren um 1950, diese Monet-Werke, sozusagen Ausschuss. Das wollte eigentlich niemand haben. Greenberg hat diese Werke so beschrieben, als würde er ein Werk des abstrakten Expressionismus beschreiben. Er hat gesagt, das ist die Überwindung der Staffeleimalerei, das ist im Grunde immersive Kunst, wo sie eintauchen ins große Bildfeld. Das ist sozusagen Monet, der vom Impressionismus zu der expressiven Geste findet und so weiter und so fort. Und plötzlich hatte das Publikum, das Greenberg damals an den Lippen hing, eine Möglichkeit, dieses Kunstwerk besser zu verstehen und zwar beide. Sowohl den Monet als eine Art Vorläufe dessen, was Pollock macht und auf der anderen Seite hat man Pollock plötzlich anders verstanden. Man hat gesagt, das ist ja gar keine Tapete, vielleicht ist das eine Art von Naturmalerei. Vielleicht geht es hier um die Dynamik von natürlichen Prozessen. Und es gibt Werke von Pollock, die zum Beispiel solche Titel haben. Es gibt gleichzeitig Werke, die heißen zum Beispiel Herbstnebel oder so. Also es gibt bei Pollock diesen Naturbezug durchaus. Und dann gibt es noch dies. Es gibt den Künstler Alan Capron, der 1958 einen Essay geschrieben hat, The Legacy of Jackson Pollock. Und wo er gesagt hat, Künstler meiner Generation, damit meint er sich und seine Kolleginnen und Kollegen, die sind heute an einem Wendepunkt der Kunst angelangt. Was uns Pollock lehrt, ist eigentlich, dass wir das Bild gar nicht mehr brauchen. Dass eigentlich die Aktion wichtiger ist als das Ergebnis. The Action. The Action Painting. Und wenn die Aktion wichtig ist, da hat sich da auf diese berühmten Fotografien von Hans Nahmuth bezogen, die Pollock beim Arbeiten zeigen. Wenn der Akt, diese Dance of Dripping, wie man das genannt hat, wichtiger ist als das Bild, dann steigen wir doch ganz aus dem Bild aus. Und Alan Capron hat Pollock zu demjenigen gemacht, der bis an die Grenze stößt. Und Capron geht diesen einen Schritt weiter und steigt aus dem Bild aus und bewegt sich nun im installativen Raum, wo mit echten Materialien im echten Raum gearbeitet wird. Hier ist Capron selber mit seinem kleinen Sohn, der in dieser Installation, die 1961 in der Martha Jackson Gallery in New York, im Hinterhof dieser Galerie, ausgestellt wurde, sich umherbewegt. Sozusagen in einer offenen Struktur, so wie er sie hier eben auch angelegt hat. Also mindestens drei unterschiedliche Auffassungen desselben Gemäldes. Sie können es sozusagen als wandfüllendes Panneau verstehen, als in Anführungszeichen Tapete. Sie können es als Naturmalerei verstehen oder sie können es als Überwindung des Bildes und Übergang in eine neue Kunstform verstehen. All das ist in diesem Bild drin, keines davon ist sozusagen ausschließlich zu adressieren, in keinem liegt die Essenz des Werkes. Und noch ein letztes Beispiel, weil ich da nochmal die Brücke zum Freitag zurückschlagen kann, wo ich dieses Werk schon mal gezeigt habe, eine absolute Schlüsselarbeit von Beuys, das ist schon wieder Beuys, das ist meine kleine Referenz an 100 Jahre Beuys, er wäre ja 100 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Also nochmal ein Beuys-Beispiel, diese kapitale Arbeit mit dem italienischen Titel La Revolution esiamo noi, also die Revolution sind wir. Die Kunstgeschichte hat herausgestellt, dass er sich wohl auch mit diesem italienischen Titel auf ein sehr berühmtes Gemälde eines italienischen Realisten bezieht, der den vierten Stand, also die Arbeiterschaft, sozusagen beim Aufbruch die Welt zu übernehmen zeigt, ein Bild sozusagen des sich entwickelnden Sozialismus und die Figur hier sich an dieser hier modelliert und La Revolution ist ja mal neu, zeigt ja, es ist eine politische Arbeit, die hier Beuys vorlegt, interessant natürlich, dass er hier ganz alleine ist, während diese hier nur der Voranschreitende einer großen Menge von Menschen ist. Wenn Sie das so konstellieren, wird der politische Beuys sichtbar. Beuys, der jenige, der zu einer neuen Gesellschaftsform aufriff. Ich habe Ihnen am Freitag diese Arbeit von Catalanen gezeigt, mit demselben Titel La Revolution esiamo noi, die ganz klar den Bezug aufmacht und Ihnen erzählt, dass Catalan von sich sagte, ich bin nicht wirklich ein Künstler, ich bin eher ein Clown des Kunstbetriebs, I'm not really an artist und dass er damit unterläuft, diesen Beuyschen Satz, jeder Mensch ein Künstler. Jeder Mensch ein Künstler mit Ausnahme des armen Maurizio Catalanen, man muss natürlich dazu sagen, dass er einer der gefeiertsten Künstler der Gegenwartskunst ist, der sich hier in Selbstporträt darstellt in einem Beuys-Filzanzug und die Arbeit wird immer so ausgestellt, dass sie vor den Ausstellungsräumen hängt. Der arme Catalan schafft es nicht in die Ausstellung, sondern wird an der Garderobe einfach aufgehängt, wo die Leute sonst ihre Schirme abstellen, bevor sie reingehen. Was für ein Beuys wird daraus, wenn wir das so gegenüberstellen? Das ist sozusagen die künstlerische Überfigur, die in diesem Jahr gefeiert wird mit 100 Jahre Beuys. Das ist nicht der politische Beuys, sondern der Überflieger Künstler Beuys, an dem man eigentlich nur scheitern kann. Und dann gibt es noch diese schöne Arbeit von Elaine Sturtevant. Appropriation Art, eine Art Aneignung der Geste von Beuys, aber natürlich als Frau. Und das ist der ganze Witz gewissermaßen, diese Appropriation, dass sie diesen einen wesentlichen Unterschied macht, dass sie hier diese Geste als Frau imitiert. Was für ein Beuys ist das hier? Das ist Beuys, der Supermann der Kunst und es gibt Anekdoten zuhauf, die sagen, es ist nicht ganz verkehrt, wenn wir auch sagen, Beuys, der Macho. Also eine Art von Inszenierung, die etwas an der Selbstprofilierung von Beuys infrage stellt und möglicherweise korrigiert. Jedes Mal wird dieselbe Arbeit zu einer anderen, obschon es sich um eine einzige Arbeit von Beuys handelt. Dies sind sozusagen meine Reagenzglas, Demonstrationen, was ich meine mit dem relationalen Sehen im Zwischenraum, zwischen Arbeit. Und jetzt komme ich zu dem Beispiel einer Ausstellung. Eine einzige Ausstellung, die ich Ihnen zeigen will, ganz bewusst eine von Harald Seemann oder aus verschiedenen Gründen ganz bewusst eine von Harald Seemann. Nicht nur, weil wir morgen hier noch eine Filmmartinée haben, in der wir ein Porträt von Harald Seemann uns anschauen wollen, sondern auch, weil Harald Seemann natürlich als irgendwie genauso wie Beuys sozusagen der Superhero der Kunst der 60er, 70er und 80er Jahre war, ist Harald Seemann die Person, die in einer gewissen Art und Weise überhaupt erst einen Begriff davon geprägt hat, was Kuratorisches ist, was Ausstellungskuratieren heißt, was Ausstellung als eigene Kunstform eigentlich sein könnte. Und ich zeige hier diese legendäre Ausstellung Live in Your Head When Attitudes Become Form in der Kunsthörde Bern 1969, die ein Stück weit zum ersten Mal das volle Potenzial dessen entfaltet hat, was Harald Seemann unter Ausstellungsmachen verstand. Und um umstandslos zu dem überzuleiten, was ich Ihnen daran zeigen möchte, lese ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt vor aus dem Katalogtext, den Harald Seemann 1969 dieser Ausstellung beigegeben hat. Also es ist der O-Ton Seemann 1969. Er sagte über die Kunst, die er hier ausstellte, das Folgende. Ich zitiere ihn, auffällig ist die vollständige Freiheit in der Verwendung der Materialien sowie die Berücksichtigung der physikalischen und chemischen Eigenschaften im Werk. In dieser Kunst scheint das Medium nicht mehr wichtig. Der Glaube an eine bestimmte künstlerische Technik ist durch den Glauben an den künstlerischen Vorgang abgelöst worden. Die Tätigkeit des Menschen, des Künstlers ist Hauptthema und Inhalt. Von daher ist auch der Titel der Ausstellung zu verstehen, noch nie wurde die innere Haltung des Künstlers so direkt zum Werk. Soweit dieser Ausschnitt aus Harald Seemanns Katalogtext. Das eine, was ich daran signifikant finde, ist, dass Seemann hier genau von dem spricht, was ich Ihnen am Freitag und in der ersten Hälfte des Vortrages zu verdeutlichen versuchte, innere Prozesse, die nach außen gestellt werden. A Attitude können Sie nicht sehen, außer in Ihren Formrealisaten qua Kunstwerk. Und damit wird die Attitüde als Bewusstseinszustand kommunikabel. Sie wird sichtbar, wahrnehmbar, kommunizierbar. Und die Ausstellung selber, Live in your head, ist ja tatsächlich sozusagen eine andere Form vom Bewusstsein, vom künstlerischen Bewusstsein zu sprechen, aber eben als eine formgebende Kraft. Vor allem aber, und das ist der zweite, also referiert jetzt auf den zweiten Teil, dieses relationale Sehen zwischen Werken, davon spricht Seemann indirekt in diesem Abschnitt auch. Denn wovon er spricht, dass er sagt, wir sehen hier eine vollständige Freiheit in der Verwendung der Materialien. Wir sehen die Berücksichtigung von physikalischen, chemischen Eigenschaften. Wir sehen, dass das Medium nicht mehr wichtig ist. Wir sehen, dass die künstlerische Techniken nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern dieses prozessuale Denken der Künstler selbst. Das ist etwas, das würden Sie nicht an dieser Arbeit hier sehen können. Oder vielleicht auch nicht an dieser. Aber in der Konstellation, die Seemann gemacht hat, wird so etwas plötzlich spürbar und greifbar. Es liegt an dieser Konstellation und nicht an den Eigenarten der eigenen Arbeit. Umgekehrt aber kann diese Konstellation dazu führen, dass Sie genau diese Eigenschaften auch an der einzelnen Arbeit sehen, indem Sie sie dann unter diesem Aspekt sehen. Hier noch ein zweiter Raum, zum Beispiel, wenn er von den physikalischen Eigenschaften spricht. Bei dieser Arbeit von Robert Morris hier drin, hinten wird plötzlich klar, ach so, mit dem Filz macht er das, wenn ich den Filz aufhänge, verändert diese Filz seine Form nach Maßgabe der Schwerkraft. Oder eine Kordel von dieser Art lässt sich nur so und nicht anders legen. Das wird erst im Kontakt dieser Arbeiten zueinander, ist das ein Ähnlichkeitssehen, das Ihnen diese Aspekte zum Vorschein bringt. Und Harald Seemann war ja berühmt dafür, in der Formensprache seines eigenen Ausstellens die Werke so nah zueinander zu schieben, dass wir fast den Eindruck haben, wir sind hier noch in der Phase des Ausstellungsaufbaus. Als wären hier die Werke so mal hingelegt und jetzt gucken wir mal, was wir dann daraus machen. Nein, das ist schon die Ausstellung. Sie können gar nicht genau sagen, wo die eine Arbeit aufhört und die andere beginnt. Und damit wird natürlich dieses Relationale, das die Arbeit nach innen klärt und nach außen vernetzt, noch viel sichtbarer, als wenn es einfach so nebeneinander hängen würde. Das ist die besondere und auch die hohe Kunst des Ausstellens, die Harald Seemann hingekriegt hat, dass er die Ausstellung zu einem Medium gemacht hat, das für sich selbst stehen kann, an das aber zugleich die einzelnen Arbeiten in ihrer Eigenheit akzeptieren kann. Ich komme zum Schluss und ich habe gestern schon, am Freitag schon, ein bisschen normativ geendet, mit gewissen Normvorstellungen, die ich an die Kunst herantrage und diesen normativen Ton, diesen Schlusston würde ich mir auch gerne heute erlauben. Künstlerische Ideen sind dann künstlerische Ideen und nicht bloß Gedanken oder Konzepte, Weltanschauungen oder gar Ideologien, sondern eben künstlerische Ideen, wenn sie eine formgenerierende Kraft haben. Ich habe Ihnen ganz am Anfang des Vortrags am Freitag gesagt, Cézanne, ich habe dieses Gemälde von Cézanne Ihnen gezeigt, die Idee des Werkes, die Cézanne hatte, war etwas, was er selber einem Gesprächspartner gegenüber mit einer Geste versinnbildlicht hat und er hat diese Geste gemacht, von sich verschränkenden Händen und er hat gesagt, das Kunstwerk ist die Verschränkung von Selbst und Welt, von meiner Wahrnehmung und der Welt da draußen und das Kunstwerk ist das Medium der Vermittlung und wenn ich jetzt sage, eine Idee muss formgenerierend sein, dann kann ich dann nochmal wiederholen, was ich dort ausgeführt habe, ich habe gesagt, das führt in lebenslange, in jahrzehntelange Arbeit Cézanne zu einer Formensprache, die diese fleckige Struktur entwickelt hat und wo jeder Fleck unterbestimmt und überdeterminiert zugleich ist, unterbestimmt, dass Sie nicht genau sagen können, was das ist, hier haben wir den Eindruck, vielleicht ist das ein Gebäude, aber ist das eine grüne Wolke, man weiß es nicht und auf der anderen Seite sind Sie überdeterminiert, weil genau dies in jedem Fleck passiert, jeder Fleck ist zugleich etwas da draußen, was gesehen ist, eine Art Eindruck dieses Sehens in der Wahrnehmung des Künstlers und ein Pinselabdruck auf der Leinwand, also drei Dinge in einem und das gibt dies und das heißt, das verstehe ich unter formgenerierender Idee, ich habe die Idee, was ein Kunstwerk leisten soll, ich habe die Idee, wie ich mich selber als Künstler verstehe und ich entwickle eine Form, die genau dies in der Form und vielleicht nochmal mit dem Terminus von Valéry gesagt, in der Formation des Werkes repräsentieren kann und das gilt nun auch, würde ich sagen, für das Kunst ausstellen. Kuratorische Ideen sind dann produktive kuratorische Ideen und nicht bloß Stellungnahmen zum Zeitgeist, Favorisierung von Künstlerpositionen, Beiträge zum Kunstdiskurs, sondern kuratorische Ideen, wenn sie selbst auch eine solche formgenerierende Kraft haben. Wenn sie zwischen den Werken solche Relationen zu stiften vermögen, dass wir nicht einfach von Werk zu Werk gehen und irgendwann über die gemeinsamen Inhalte vielleicht zu so etwas wie die Okkurrenz der Vorstellung kommen, sondern wenn die Formen in Resonanz zueinander treten und die Form des einen Kunstwerkes die Form des anderen Kunstwerkes sozusagen wie mitklärt, aber damit auch die eigene Form klärt. Wenn also dieses doppelte Relationsspiel, das Wittgenstein verdeutlicht, dass sozusagen immer Klärungen nach innen und Verbindungen nach außen sind, wenn eine Ausstellung das leisten kann. Das ist die Leistung eben einer solchen Ausstellung wie When Attitudes Become Form. Heute dominiert im Kunstdiskurs der Inhalt die relevanten Themen, die Zeitgeistbezüge, die politischen Stellungnahmen. Ich will das nicht werten, ich will das nicht schlecht machen, ich will es aber auch nicht stark machen, sondern ich will das nur beobachten sagen und damit zu bedenken geben, dass unter solchen Bedingungen wenn Inhalte regieren und wenn es mittlerweile wieder fast so wie in den 50er-Jahren in der Formalismus-Debatte so zu sein scheint, das wäre die Form eines Kunstwerkes eine bloße Dreingabe oder wäre das gute Kuratieren in seiner Form eine bloße Dreingabe weil es ja eigentlich darum geht die richtigen Themen die richtigen Inhalte zu transportieren dass das problematische Voraussetzungen sind schwierige Voraussetzungen sind Kunstwerke zu schaffen die dann doch wesentlich als formative Akte überzeugen müssen und es schwierige Voraussetzungen sind unter dieser Inhaltslastigkeit mit der wir heute der Kunst begegnen gute Ausstellungen zu machen die Anspruchshöhe ist enorm hoch geworden und nicht alle Ausstellungen genügen diesen Vorgaben so viel für heute und ich danke Ihnen dass Sie so lange durchgehalten haben und ich hoffe es hat Ihnen gefallen und ich danke für heute und ich danke für heute